Ja, die Tränen von Maly Supers vor mir, Charlotte Heger. Die Malyse hat heute sehr gut gespielt, 6-3, 6-4 nur verloren gegen die Patrizia Haas. Also schon viel knapper als in der Halle damals. Was sagst du zur Partie? Ja, die Partie war wunderbar. Die Big Points leider keinen einzigen genützt. Deswegen dann doch das Ergebnis in zwei Sätzen für die Patrizia. Aber ich bin sehr zufrieden. Sie war gut dabei, sehr gut gespielt, sehr mutig gespielt. Also ich bin zufrieden. Im letzten Game dann, Matchball abgewehrt und dann war es eigentlich aufgelegt. Der eine Ball auf die Rückhand. Was fehlt da noch? Ich glaube, es ist der Respekt einfach noch. Dieser Überraschungsmoment, um Gottes Willen, ich könnte jetzt vielleicht diesen Satz zumachen. Das ist eine Entwicklung meiner Meinung nach. Eine reife Frage. Sie ist 16 Grad geworden, also Patrizia ist zwei Jahre älter. Das ist einfach der Unterschied.